Alright, dann nochmal offiziell hier einen wunderschönen guten Abend an jeden einzelnen Teilnehmer hier heute bei unserer Jeunesse Global, Unity Global Business Opportunity Präsentation. Und ich weiß, dass viele, viele heute Abend hier drauf sind, sehr, sehr, sehr gespannt sind, was denn da kommt. Insbesondere möchte ich auch die Gäste begrüßen, die heute zum allerersten Mal da sind. Wir haben ja auf diesen Webinaren, die wir immer live mittwochs abends 20 Uhr machen, immer eine Mischung aus bestehenden Partnern und natürlich auf der anderen Seite auch neuen Gästen da. Und Sie, liebe Gäste, für Sie ist das heute Abend genau das perfekte Webinar. Und ich werde im Laufe des Webinars Du sagen, ich bin der Daniel, ich hoffe, das ist in Ordnung. Und wir haben heute Abend ein ganz besonderes Webinar. Es ist nicht einfach nur irgendeins, sondern heute Abend haben wir ganz, ganz spezielle Möglichkeiten und Chancen, die es so in dieser Form normalerweise nicht gibt. Und deswegen seid sehr gespannt und bleibt vor allem bis zum Ende dieses Webinars am Start. Ja, bevor ich einspringe oder reinspringe direkt in die Präsentation, kurz zwei Sätze zu mir. Ich habe selber diese Damen und Herren, Randy, Wendy und Scott, vor drei Jahren persönlich kennenlernen dürfen. Ich war vorher schon im Bereich des Network-Marketing unterwegs. Der eine oder andere hat damit schon Berührung gehabt im Vorfeld, andere nicht. Ich will für diejenigen, die noch nie was im Network-Marketing gemacht haben, ganz kurz mal ein kleines Beispiel geben. Was ist Network-Marketing überhaupt? Im Grunde geht es um Empfehlungsmarketing. Es geht um Weitempfehlungsmarketing. Es geht darum, dass Firmen entweder ihre Produkte über normale Verkaufsprozesse, also, sage ich mal, über den Einzelhandel verkaufen können, oder aber auch über Network-Marketing. Und das Ganze funktioniert von Mensch zu Mensch, die Weitempfehlung sozusagen. Und das ist etwas, was viele, viele Jahre sehr, sehr unterschätzt wurde. Und heutzutage die Grundlage von einer der wachsendsten Industrien der Welt ist nämlich Network-Marketing. Und ich habe selber das Business vor mittlerweile 15 Jahren kennengelernt, habe mir hier eine Karriere aufgebaut im Network-Marketing und, wie gesagt, vor drei Jahren zu Journalist gekommen. Und das, was wir hier die letzten drei Jahre erleben, ist wirklich der absolute Wahnsinn. Ich bin selber aus Wetzlar in der Nähe von Frankfurt in Deutschland und lebe aber mittlerweile in Dubai. Witzigerweise, mein Co-Pilot heute Abend, Taylor Schweigert, auch, aber machen Sie sich keine Sorgen, man muss nicht in Dubai leben. Das ist heute Abend ein Zufall, dass wir beiden Dubai-Jungs praktisch hier mal dieses Webinar gemeinsam machen. Ja, wir haben ein riesengroßes Team. Das Team heißt Timothy Global und wir alle gemeinsam unterstützen uns gegenseitig und vor allem dir oder dich dein Business aufzubauen. Und ich will direkt rein starten in die Präsentation jetzt. Ihr seht hier die Gründer von Geness Global. Das Unternehmen wurde gegründet 2009 und hat in dieser Zeit eine wirklich extreme Weiterentwicklung hinter sich. Also, wenn man sich den Umsatz anschaut, wie der sich entwickelt hat, wenn man sich anschaut, wie dieses Unternehmen nach vorne gegangen ist, dann ist das wirklich schon eine Success-Story, die ihresgleichen sucht. Und Taylor, du kannst einfach gerne dynamisch ein bisschen weiterklicken, während ich da die Präsentation mache. Wir haben weltweite Niederlassungen mit Versandten über 145 Ländern und das Beste ist, dass das unten steht. Täglich werden es mehr. Und wir sind gerade auch jetzt mit Unity Global dabei, international zu expandieren. Es ist lange nicht mehr nur Deutschland. Es ist mittlerweile Deutschland, Österreich, Schweiz, UK, Niederlande. Es geht bis UAE, Ägypten, viele, viele verschiedene Länder, die hier parallel aufbauen. USA, Argentinien und noch viele, viele mehr, die wir hier auch mit Unity Global am Start haben. Und das bietet natürlich dir als Gast die Möglichkeit, wirklich zu sagen, okay, ich arbeite lokal, aber ich denke global. Und hier haben wir eine sehr, sehr schöne Folie, die im Grunde genau das nochmal untermauert, was ich eben schon angesprochen habe. Nämlich die Umsatzentwicklung, die von Geness wirklich radikal ist. Es gibt kein Unternehmen weltweit, was nach sechs Jahren bereits eine Milliarde Umsatz gemacht hat. Und Geness hat das geschafft. Aber nicht nur geschafft, sondern auch seitdem den Umsatz stabilisiert. Und wirklich jedes Jahr darauf folgend mehr als eine Milliarde gemacht. Sogar teilweise noch einige hundert Millionen draufgelegt. Wir sehen jetzt hier nur die Zahlen bis 2016. 2017 war auch wieder deutlich über einer Milliarde. Also wirklich, wir haben hier einen weltweiten Konzern, der stabil ist. Der zu einem der wenigen Billion Dollar Companies gehört. Und dennoch in unserem Markt, hier in Deutschland, in der Marktverteilungsphase steckt. Und genau da sehe ich tatsächlich deine Chance, auch hier heute Abend. Egal, ob du neu bist im Network Marketing oder ob du bereits schon erfahren bist. Und viele fragen natürlich, warum? Warum ist das Unternehmen so erfolgreich? Was ist der Hintergrund? Und neben der internationalen Plattform, neben der Professionalität, neben dem Hunger des Unternehmens und all diesen Dingen, glaube ich, ist eine ganz, ganz große Grundlage die Produkte. Produkte von Jeunesse sind orientiert in einem oder organisiert in einem System, das nennen wir Youth Enhancement System. Auf Deutsch, das Jugendverwässerungssystem. Gutes altes deutsches Wort. Jugendverwässerungssystem. Wir haben hier eine ganze Reihe an Produkten, die im Grunde dem Mission Statement von Jeunesse folgen. Das dann nämlich besagt, wir möchten Menschen helfen, besser auszusehen und jünger zu werden und sich jünger zu fühlen. Und genau darum geht es. Stammzellentechnologie im Bereich Kosmetik, gezielte Nahrungsergänzungen, Sportprodukte, Energydrinks, die gesund sind und vieles, vieles mehr. Und wir starten mit dem Hauptpfeiler, der Hauptsäule von Jeunesse. Und das ist unsere Stammzellen-Wirkstoff-Kosmetik. Wenn man mal auf das Bild schaut, sieht man als dritter von rechts, drittes Produkt von rechts ist praktisch unser Serum. Und dieses Serum war ursprünglich das erste Produkt, mit dem das Unternehmen gegründet wurde. 2009 ging es tatsächlich los mit dieser einen Story. Wendy und Randy waren bei einem Arzt, Dr. Nathan Newman, der dieses Serum verkauft hat. Und sie hat das ausprobiert, vorher, nachher, Effekt radikal. Der Wahnsinn, sowas hat sie noch nie gesehen gehabt. Aus diesem Grund war ihre Frage natürlich verständlich. Die Frage war, aus dem Grund war ihre Frage natürlich die, dass sie gesagt hat, okay, wie viel verkauft ihr davon? Weil sie direkt weltweit gedacht hat und der hat gesagt, 40 Stück, überleg mal, 40 Stück von diesem Serum im Monat, das wurde lokal hergestellt und nur in dieser Klinik verkauft in Beverly Hills. Warum ist das Serum so effektiv? Weil das Stammzellentechnologie, das heißt sogenannte Signalmoleküle, wenn du die also aufträgst auf dein Gesicht, dann werden Signale an deine Stammzellen gegeben, die kommen, regenerieren und reparieren die Haut. So, und dann, nachdem der Arzt dann gesagt hat, dass 40 Stück verkauft werden, hat Wendy gesagt, pass auf. Was hältst du davon, wenn du 40.000 davon verkauf? Und das im Monat. Und er hat gesagt, wie soll das gehen? Dann haben sie gesagt, du gibst uns die Formel, wir bauen die Firma, denn die beiden Waren erfahren, was Network Marketing angeht. Und das ist genau die Erfolgsstory. Und heute gibt es die komplette Serie. Ja, auf den weiteren Folien könnt ihr sehen, dass es natürlich mittlerweile eine große Weiterentwicklung gibt. Wir haben in dieser Gesamtserie mit den ganzen Produkten mittlerweile die Möglichkeit, den gesamten Körper abzudecken. Also es geht nicht mehr nur noch um das Serum. Wir haben mittlerweile eine Tagescreme, eine Nachtcreme, einen Reiniger. Wir haben mittlerweile eine Bodylotion, wenn man es wirklich überall benutzen will. Wir haben einen Skin Brightener, um die Hautpigmente auszugleichen. Und hier sind mal so zwei, drei Referenzen, einfach mal wild gewürfelt. Wir haben hunderte von Referenzen. Und wenn du Vertriebspartner wirst, auch hier heute Abend, bekommst du zusätzlich sogar noch mal Access, also Zugang über unser Online-System, Unity Global World, auf unsere Testimonial-Seite. Und da siehst du noch mal einen ganzen Haufen mehr an Erfahrungsberichten, die wirklich real sind. Wir sehen hier ein paar Berichte mit Akne, mit Dehnungsstreifen, mit Neurotamitis und so weiter. Das ist also wirklich der absolute Wahnsinn, was mit diesen Produkten und dieser Stammzellentechnologie erreicht werden kann. Weiterhin haben wir ein Produkt, welches ein Produkt ist, welches Sofortergebnisse erzielt. Und dieses Produkt nennt sich Instantly Ageless. Wir haben für dieses Produkt internationale Aufmerksamkeit erhalten. Und ich will euch hier ein kleines Video mal zeigen. Das sagt nämlich dann tatsächlich mehr als tausend Worte. Unser Sofortprodukt, Instantly Ageless. Aber schaut euch das an. Sofortprodukt, Instantly Ageless. What you want to do is twist off the top, you want to squirt out a very small amount, flip the lid over and reseal it so you can use this file two or three more times. What you want to do is tap a very, very thin layer. I'm just tapping a very thin layer on her skin, but you want to leave it about 10% or 15% damp on the skin. Do not rub it all the way in because the product works as it's drying, so you want it to allow it to do this. Okay, I'm going to start a timer. I can't see the... You haven't seen anything yet. You can use Instantly Ageless before or after your makeup. First of all, you want to do all your preventative, maintenance, and all the good stuff first. Is it working? It's working. How long has it been? What do you see? What are you thinking? Yeah, that's of course the absolute Wahnsinn. And many, many people say, man, it doesn't have to be a product, it can't be a product, it can't be a product, it can't be a product, it doesn't work. And the answer is, it doesn't have to be a product. It works. And if you go to one of the events of Jeunesse or you meet with the person, you may trip, which you are invited, you can do it yourself well as well. We have here today natürlich not the opportunity, the one or the other Bildreferences to give you. And here you can see a lot of stuff. I don't know if that's the fault of the ear, the eyes, the Legions, the Fountain, the Scenes, what else do you know, how do you call it? In your own head, everything goes out of the way. Und der Effekt bleibt für einige Stunden erhalten. Und das ist natürlich sehr, sehr spannend. Das soweit zu der äußeren Ernährung von Jeunesse oder die äußere Pflege von Jeunesse. Wir haben dann noch unser Make-up, das im Grunde auch ein pflegendes Produkt ist, muss man ja fairerweise sagen. Denn wir haben in unserem Make-up, das ist ein Spray-Make-up für professionelle Airbrush-Ergebnisse, auch die Wachstumsfaktoren drin. Das heißt, für die Damenwelt, das ist tatsächlich ein Make-up, welches nicht nur abdeckt, sondern auch tatsächlich pflegt, während es getragen wird. So, wir haben dann weitere Produkte im Bereich der Ernährung. Man kann ja seinen Körper von außen wie von innen ernähren. Und das hier, Reserve, ist eines meiner Lieblingsprodukte, muss ich sagen. Und ist ein Produkt, welches das Nummer 1, oder ist das Produkt, welches das Nummer 1 Produkt weltweit bei Jeunesse darstellt. Nichts wird mehr verkauft als Reserve. Und das hat natürlich viele Gründe. Zum einen ist es portable, zum zweiten schmeckt es lecker, zum dritten ist es wirklich für Jung und Alt, ist es für jedermann. Und es beinhaltet wirklich brachial gute Inhaltsstoffe, wie zum Beispiel Resveratrol. Resveratrol, es gibt Studien von der Harvard-Universität, die ihr online recherchieren könnt, wenn ihr einfach mal Harvard University Resveratrol eingebt. Es geht hier wirklich um die gesunde Erhaltung des Körpers, um die Langlebigkeit. Es geht um Sauerstofftransport im Körper. Es geht um Herz-Kreislauf-Gesundheit und solche Geschichten. Wir haben auch schon mit dem Aloe Vera drin, was sehr, sehr heilend und reinigend ist. Wir haben Granatapfel drin mit den Bitterstoffen, die sehr gesund sind. Acerola, Kirsche, Vitamin C und so weiter und so weiter. Also viele, viele Dinge. Acai-Beere tonnenweise voller Antioxidantien. Antioxidantien, also wirklich ein Rund-om-Wellness-Shot, den du dir hier mit Resveratrol zweimal am Tag geben kannst, wie man so schön sagt. Man kann es auch im Kühlschrank tun, kleines Starbucks-Holzstöckchen reinstecken und dann kann man es den Kindern als Lutscheis geben oder so. Also man kann wirklich viel machen. Also wäre sehr, sehr spannend. Und wie gesagt, Reserve ist also das Nummer-eins-Produkt. So, dann geht es weiter, Schlag auf Schlag mit AMP-M. AMP-M ist, ja, das habe ich eben schon gesagt, bei Reserve mein Lieblings-Produkt. Aber das ist im Grunde auch mein Lieblings-Produkt, denn AMP-M ist eine komplette Nahrungsergänzung. Heißt also, vergessen Sie oder vergesst die Nummer mit 13 verschiedenen Sachen benutzen. Ja, hier Vitamin B, hier C, hier Magnesium, da die Geschichten, hier was für die DNA oder wie auch immer, hier die Schönheit von innen. Nein, alles in einem Produkt auf Basis der neuesten Technologie. Das Neueste im Bereich der Forschung, im Bereich der gesunderhaltenden Ernährung- und Nahrungsergänzungsmittel ist übrigens die Epigenetik. Und unsere Wissenschaftler, wie zum Beispiel Dr. Vincent G. M. Haber, die ihrerseits selbst bereits zweimal für Nobelpreis im Bereich der Medizin und der Umkehrung der Alterungsprozesse nominiert worden sind, haben hier ein Produkt entwickelt, welches mit Millionen von Dollar Investitionen eine Lösung darstellt für jedermann, die du morgens und abends zu dir nehmen kannst. Und tatsächlich alles abdeckt, inklusive der gesamten nutritionalen Notwendigkeiten deiner mikrozellularen Struktur im Körper. Und das ist natürlich sehr, sehr spannend. Das heißt das auf Deutsch ganz einfach. Wenn du AM nimmst, bist du fit, hast du Energie. Wenn du PM nimmst, kannst du schlafen, fährst du runter, träumst. Das war eine Sache, die ich direkt gemerkt habe, als ich das erst mal PM genommen habe. Ich habe geträumt, das war der Wahnsinn, als ob ich im Kino bin. Also wirklich der absolute Hammer. Probiert es aus. Ich liebe AM, PM. So, dann gibt es natürlich noch zwei, drei weitere kleine Produkte. Also zum einen findet sie ein revolutionäres Produkt, findet sie, welches im Bereich der DNA arbeitet und ein biologisches Alter reduziert, indem es die Telomerase aktiviert und die Telomere, also quasi die Endkappen der DNA wieder rekodiert. Während man altert, gehen die nämlich verloren und dieses Produkt ersetzt die praktisch wieder oder leiert das Enzym an, um das zu ersetzen. Wie gesagt, man wird hier auf zellulärer Ebene jünger. Dann geht es weiter. Wir haben ein weiteres Produkt und zwar ist das unsere Zen-Body-Reihe. Das ist also nicht nur ein Produkt eigentlich, sondern es ist eine ganze Reihe. Es geht hier um Workout, es geht um Fitness, es geht um Fettverbindung, Aminosäuren, Protein-Shakes. Wir haben ein Detox-Produkt zum Entgiften des Körpers und wir haben für unsere Zen-Body-Reihe auch eine Zen-Community. Heißt also, wenn du zum Beispiel auf Facebook gehst und gibst einfach mal Zen Project 8 ein, dann findest du internationale Gruppen mit teilweise über 100.000 Partnern und Kunden und Freunden und Community-Mitgliedern, die ihre Ergebnisse posten und so weiter. Und gerade wenn man Fett verbrennen will, gerade wenn man in der Ernährung was machen will, wenn man Muskulatur aufbauen will, dann ist Zen-Body natürlich das einzigartigste Produkt. Ein sehr cleanes Produkt, sehr hochwertiges Produkt. Wir haben eine eigene patentierte Form des Proteins, eine Mischung aus Molke-Protein und Casein, was sich True-Cell nennt und sowohl schnell verstoffwechselnde Proteine mit auch langsam verstoffwechselnden Proteinen kombiniert. Und das ist natürlich eine ganz, ganz einzigartige Sache und für die Leute, die das wirklich nutzen können oder auch verstehen, ein absoluter Vorteil im Sportbereich und natürlich dann auch in der Körperveränderung. So, dann unser letztes Produkt, was ich euch heute Abend zeigen will oder vorletztes Produkt ist das Naara. Naara ist ein pures Kollagen-Drink-Pulver. Also ein purer Kollagen-Drink-Pulver, das du zu dir nimmst. Kollagen ist sehr, sehr wichtig, um die Hautelastizität zu erhalten. Je jünger man ist, desto mehr Kollagen hat man in der Haut gespeichert. Je älter man wird, umso weniger hat man. Deswegen kann man das jetzt hier quasi oral zuführen. Hat außerdem den Vorteil, dass es für die Fingernägel, für die Haare, für die Haut wirklich ein echtes Beauty-Geheimnis ist. Es ist auch sehr gesund für die Gelenke und Knorpel im Körper und somit ein absolutes Must. Ja, wir sagen immer Beauty-Drink, aber es ist wirklich für jedermann ein absolutes Muss-Produkt, Nara täglich zu sich zu nehmen. Übrigens in Brasilien das Nummer 1 Produkt. Und ja, zum Closing des Produktparts geht es jetzt hier rein in unseren Energy-Drink. Ein Energy-Drink mit dem Namen Nevo ist etwas, welches, ja, nicht nur die jüngere Generation, aber eigentlich jeden begeistert. Energy-Drinks sind ja in der heutigen Zeit, wo alles schnell gelebiger wird, wo man Energie on spot braucht und so weiter, ein ganz, ganz wichtiges Produkt. Aber wir finden draußen am Markt viel, viel, sag mal, ja, niederwertige oder niedrige Produkte mit viel Zucker, mit viel Koffein drin, mit viel Taurin drin, mit Marketing drumherum und Farbstoffen drin. Und genau diese Geschichte ist etwas, was wir halt eben nicht wollen, sondern wir haben etwas entwickelt auf Basis von echten Früchten, vollgepackt mit B-Vitaminen, vollgepackt mit zum Beispiel Guaraná. Das ist also ein natürliches Koffein, eine natürliche Koffeinquelle, kein Taurin und so weiter und so fort. Vier verschiedene Geschmacksrichtungen, der absolute Wahnsinn. Und ich glaube, ich bin nicht ganz sicher, aber wir haben sogar das Video von dem Energy-Drink hier am Start. Und das will ich euch nicht vorenthalten, denn das hat einen Award gewonnen für die beste Verwendung von Musik in einem Product-Placement-Video. Also, ich bin gespannt, ob wir es haben. Wenn ja, dann zeige ich es euch jetzt. Und da geht's. Wir haben es. Fantastisch. Musik 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 Ja, Ladies and Gentlemen, das ist der Nero. Und ich wünschte, ich könnte euch jetzt einen durchgeben, dass du es quasi mal probieren kannst. Aber auch das ist natürlich möglich, wenn du dich mit demjenigen triffst, der dich eingeladen hat hier zu dieser Präsentation. Ja, das war es von meiner Seite mal mit einem Kurzüberblick zu den Produkten. Hier seht ihr die Mannschaft nochmal komplett aufgestellt. Ja, und ja, das sind natürlich Produkte, die wirklich jedermann braucht. Es sind Produkte, die international einen riesengroßen Angang finden. Wir sprechen von Lösungen in Bereichen, wo Milliarden ausgegeben werden weltweit dafür. Und das kann die Grundlage für dein neues Business sein. Robert Kiyosaki sagt, Network Marketing ist das Business des 21. Jahrhunderts. Ich selbst habe die Möglichkeit gehabt, durch Network Marketing mein Leben komplett zu verändern. Nicht nur Geld zu verdienen, sondern auch zeitlich unabhängig zu werden. Örtlich unabhängig zu werden. Zu arbeiten, wo ich will, wann ich will, mit wem ich will. Und vor allem sich gegenseitig zu helfen, sein volles Potenzial zu unterstützen oder entfalten. Das Gute ist, auch du kannst dieses Business starten, ohne auf irgendetwas zu verzichten, ohne auf deinen Hauptjob oder was du sonst machst. Das ist eine nebenberufliche Geschäftsmöglichkeit, die du irgendwann mal später zu einer hauptberuflichen Karriere umwandeln kannst. Und ich wünsche dir bei dieser Entscheidung, die du heute Abend hast, eine gute Kraft und eine gute Entscheidung, sodass du in die Richtung deiner Träume, deiner Ziele unterwegs sein kannst. Und ich freue mich jetzt besonders, den zweiten Spiegel des heutigen Abends ankündigen zu dürfen. Er ist nicht einfach irgendjemand, sondern er ist jemand, der mit Leib und Seele dieses Business lebt und liebt, genau wie das bei mir der Fall ist. Er ist jemand, der nicht nur seit circa zwei Jahren im Business ist, sondern auch noch sehr erfolgreich dieses Business macht. Er ist einer der Top-Partner in ganz Europa und auch international. Er hat eine riesengroße Energie und vor allem liebt er den Teil des Momentums und der Positionierung, den Teil der Strategie, den Teil des, was kannst du, wenn du heute startest, für dich als Vorteile mitnehmen, um nicht langsam, sondern schnell zu starten. Und all solche Sachen. Und ich weiß, er hat heute richtige Schmankerz für euch am Start. Und das ist wirklich echt special, weil selbst wenn du morgen früh davon hörst, geht es das nicht mehr. Deswegen sei bitte ganz gespannt und hör dir diesen Business-Teil inklusive des Highlights am Ende unbedingt an. Denn heute Abend gibt es etwas, was, ja, sage ich mal, 40.000 bis 50.000 Dollar Umsatz wert ist. On top für dich. Aber ich will nicht weiter darauf eingehen. Deswegen wünsche ich dir jetzt viel Spaß mit der Business-Präsentation und übergebe mich hier virtuell an Mr. Taylor Schweigert. Daniel, mein Lieber, vielen, vielen Dank. Ich merke schon, du lernst also das Bayerisch relativ schnell. Wir sind schon bei Schmankerl angekommen. Sehr, sehr gut. Jetzt weißt du, wie es mir geht, wenn ich in München die ganze Zeit bin mit Küffi und Co. Also von daher liebe, liebe Grüße nach München. Vielen, vielen Dank für den sehr, 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 sehr inspirierenden Teil in Form der Produkte und Co. Und wie Daniel eben gesagt hat, dieser kleine Kurzüberblick gibt dir wirklich, ja, einen kleinen Überblick über die wahnsinnigen Facetten, die Jeunesse einfach abdeckt dort draußen. Und ich kann dir wirklich sagen, als ich vor tatsächlich 28 Monaten, 29 Monaten mittlerweile, das allererste Mal Jeunesse gesehen habe und kennengelernt habe, das war für mich, ja, wie soll ich sagen, im allerersten Moment war mein Gedanke, okay, was soll ich mit diesen Produkten im Alter von 22? Das war mein allererster, ganz ehrlicher Gedanke. Der zweite Gedanke war aber der, dass ich endlich eine Lösung für das Problem von mir gefunden hatte und zwar das, dass ich mit 21 bzw. 22 dann damals an einem Punkt in meinem Leben war, wo ich ja absolut nicht mehr happy war. Ich habe nach oben hin keine Luft mehr gesehen, im Sinne von, dass ich jetzt für die nächsten 10, 15 Jahre so hart arbeiten soll, um irgendwie Positionen zu erklimmen, die sowieso kein Geld bringen. Und auf der anderen Seite war es für mich einfach ein Stück weit, ja, als ich mit 21 bereits nach Dubai ausgewandert bin und in Dubai in der Hotellerie gearbeitet habe, gab es für mich einfach, ja, es war alles Limitierungen. Es war alles einfach ein Stück weit nicht mehr das, was ich unbedingt machen wollte und ich war immer auf der Suche nach, ein Stück weit auf der Suche nach etwas Neuem und etwas, wo ich ausbrechen kann. Und als ich Network Marketing und Jeunesse das allererste Mal gesehen habe, habe ich natürlich erst mein Network Marketing nicht wirklich verstanden. Genau da setzen wir nämlich an. Für alle die, die hier zum allerersten Mal heute hier sind, auch von meiner Seite aus, liebe, liebe Grüße. Allerdings aus Dubai an dieser Stelle, wie Daniel gerade gesagt hat, du musst nicht nach Dubai auswandern, um erfolgreich zu werden. Ich kann es für jedem empfehlen, es ist, ja, nur sechs Monate des Jahres ist hier nur ein etwas unangenehmeres Wetter, wie jetzt gerade. Und Daniel hat es richtig gemacht, erst nach München. Und ja, springen wir also rein. Was macht den Unterschied? Traditionelles Marketing, Network Marketing. Das Verrückte ist, dass wir alle jeden einzelnen Tag Network Marketing tatsächlich bereits betreiben. Wir aber leider uns dafür nicht bezahlen lassen. Und zwar, wir sprechen jeden Tag über einen Kinofilm, wir sprechen jeden Tag über vielleicht die neueste Uhr oder das neueste Magazin oder neueste Klamotten, die neueste Mascara, die neueste Handtasche oder das neueste Restaurant, gerade um die Ecke, wo es die beste Pizza in der Stadt gibt. Da sprechen wir die ganze Zeit drüber. Allerdings nehmen wir leider Gottes nie wirklich was dafür. Im Network Marketing ist es ein bisschen anders. Network Marketing ist tatsächlich etwas, wo es geht tatsächlich darum, dass wir anderen Menschen aufgrund von unserer Produkterfahrung ein Produkt weiterempfehlen. Und wenn hier eine Kaufhandlung ausgelöst wird, zahlt dir das Unternehmen eine Provision aus. Ganz normal. Jetzt ist es so, im traditionellen Marketing haben wir ein neues Produkt. Wir wollen dieses Produkt platzieren. Wir haben eine gewisse, wir haben eine gewisse, wir haben eine gewisse, Entschuldigung, wir haben eine gewisse, ja, ein Marketingbudget, was wir ausschütten für dieses Produkt. Und dann fangen wir an, dieses Produkt zu platzieren. In Zeitungen, in Magazinen, wir fangen es an zu platzieren, in verschiedensten Bereichen. Und dann passiert Folgendes. All das Geld für die Marketingstrategien wird auf den Kopf gehauen. Im Network Marketing, wie gesagt, ist das Ganze andersrum. Es gibt nur noch zwei Menschen, die Geld verdienen. Und zwar einmal ist es die Firma und der Vertriebspartner, der das Produkt am Ende des Tages aufgrund von seiner positiven Erfahrung weiterempfohlen hat. Und es gibt bei Jeunesse sechs verschiedene Einkommenswege. Und diese sechs verschiedenen Einkommenswege waren das, was mich damals zu tausend Prozent überzeugt hat und mir tatsächlich, ja, ein Stück weit einfach dieses Licht am Ende des Tunnels gezeigt hat, dass, weil ich bin so groß geworden. Ich weiß nicht, vielleicht kennt der ein oder andere was. Mir hat man immer gesagt, Taylor, du musst deine Schule machen, du musst ein Abitur machen, du musst studieren gehen und irgendwann bist du dann mal erfolgreich im Leben. Und ich fand das früher schon doof. Ich fand das früher schon, dieses ins System gepresste Ding, fand ich schon irgendwie, war nicht meins. Und ich habe damals schon gesagt, als ich in der Hotellerie war, dass mir, oder mir wurde damals schon gesagt, dass die höheren Management-Positionen mit meinem Schulabschluss, mit einem Lehr-Schulabschluss nicht erreichbar sind. Egal, was ich für Qualitäten habe, egal, was ich kann, egal, was ist. Und hier ist genau der Punkt. Ich habe damals an diesem Kombinationspartner eine Sache erkannt. Wenn ich mehr arbeite, bekomme ich mehr. Wenn ich weniger arbeite, bekomme ich weniger. Wenn ich aber extra viel tue, bekomme ich aber auch extra viel. Und genau das habe ich im 7. Januar 2016 erkannt und dann auch gestartet. Und wir springen direkt mal rein. Wir haben den Kombinationspartner, müssen wir in zwei verschiedene Wege aufteilen. Der erste Weg ist tatsächlich der des aktiven Einkommens. Und der zweite Weg ist der des passiven Einkommens. Das ist ein ganz, ganz wichtiger, essentieller Punkt, der hier geklärt sein muss. Denn der Nummer 1 und Nummer 2 ist das aktive Einkommen. Wenn wir Nummer 1 und 2 nicht tun, kommen wir niemals in das passive Einkommen. Das heißt, in der Nummer 1 ist es tatsächlich so, oder im ersten Einkommensweg von Genest ist es so, verkaufe deine Produkte mit Gewinn. Das heißt, es gibt eine unverbindliche Preisempfehlung von der Firma Genest zum Thema Einkaufspreis und auch zum Thema Verkaufspreis. An diese Preise muss sich jeder Vertriebspartner weltweit, komplett egal in welchem Markt er sich befindet, er muss sich an die Preise halten. Wenn du also Vertriebspartner bei Genest bist, bekommst du alle Produkte zum Einkaufspreis von Tag 1, kannst du über dein Backoffice direkt bestellen. Sofort innerhalb von 24 bis 48 Stunden vor deiner Haustür in deiner Hand. Und wenn du das Produkt zum Beispiel zum ganz normalen Verkaufspreis verkaufen wollen würdest, dann würdest du eine Marge erzielen und diese Marge gehört zu 100% dir. Du musst von dieser Marge niemanden bezahlen, du musst von dieser Marge niemanden etwas abgeben, überhaupt nicht. Diese Marge gehört komplett dir. Im zweiten Einkommensweg, oder im zweiten aktiven Einkommensweg, ist es so, dass wir den Neukundenakquisebonus nennen. Im Englischen ist das auch ein bisschen cooler, so hört es sich zumindest an. Customer Acquisition Bonus, abgekürzt mit C-A-B. Okay, wir haben bei Genes verschiedenste Produkte mit verschiedensten Werten. Das bedeutet, wir haben unter anderem Produkte, die höherpreisig sind, wir haben Produkte, die niedrigerpreisig sind, aber eine Sache haben wir, um vor allen Dingen den Währungsschwankungen entgegenzuwirken. Und zwar, hier in Dubai gibt es zum Beispiel die Währung Diham. In Europa gibt es den Euro, in England gibt es den Pfund, in den USA Dollar, es gibt die türkische Lira, es gibt was auch immer, es gibt tausend verschiedene Währungen. Aber um ein Produkt wirklich zu valuieren, dass ein Produkt in den USA das gleiche Wert ist wie in Singapur und das Produkt in Singapur genauso viel Wert ist wie in der Türkei oder in Dubai. Und genau das passiert hier mit unserer internen Währung, die nennt sich CV. Und diese CV, jedes Mal, wenn ein Produkt von A nach B geht, also von der Firma, zu einem Vertriebspartner oder zu einem Kunden, wird eine gewisse Punktzahl ausgeschüttet. Folgendes passiert jetzt. Jedes Mal, wenn ein Partner sich registriert, auf einem Produktpaket oder mit einem Produktpaket, bekommst du eine direkte Kommission ausgezahlt. Jetzt ist es so, dass der Partner sie aussuchen darf, wie er natürlich seinen Staat gestalten möchte. Entweder der Staat klein ein, du bekommst eine 25-Dollar-Kommission oder er startet wirklich wie die meisten, tatsächlich mittelgroß bis groß und du bekommst bis zu 300 US-Dollar sofort ausgezahlt. Ich will an dieser Stelle eine kurze Pause machen. Warum? Aus einem ganz, ganz einfachen Grund. Der erste und der zweite Einkommenswege sind die aktiven Einkommenswege, die wir haben, um tatsächlich irgendwann passives Einkommen zu generieren. Hier ist das Ding. Du kannst ohne Probleme mit dem ersten und dem zweiten Einkommensweg, sprich im Direktverkauf und im Partner registrieren, ohne Probleme mit einem zeitlichen Invest von vielleicht 10 bis 15 Stunden die Woche zwischen 1000 und 1500 Euro verdienen. Ohne Probleme. Das wären nur die ersten zwei Wege im aktiven Bereich. Wenn wir über den nächsten Einkommensweg sprechen, kommen wir nämlich zu dieser internen Währung, die wir haben. Und zwar arbeiten wir in einem binären Vergütungssystem. Und ein binäres Vergütungssystem ist meiner Meinung nach und nach meiner Recherche, wenn ich mir das alles angeguckt habe, im Markt, was es so gibt, es gibt Hybrid-Systeme, es gibt Multi-Level-Systeme, es gibt Breakaway-Plane, es gibt so viele verschiedene Dinge da draußen. Aber nach meiner Recherche ist tatsächlich der binäre Plan mit Abstand der effizienteste, den es gibt. Denn folgendes passiert. Es ist wie im echten Leben. Du hast einen Kopf, du hast dein linkes Bein und du hast dein rechtes Bein. Und jedes Mal, wenn ein neuer Partner sich registriert, darfst du selber entscheiden, soll dieser Partner auf der linken Seite oder auf der rechten Seite registriert werden. In diesem Beispiel ist dein erster Partner auf der linken Seite registriert worden und das Produktpaket, was er erworben hat, hat einen Punktewert von 300 Punkten. Und diese Punkte werden auf deiner linken Seite gespeichert. Dein zweiter Partner ist auf der rechten Seite registriert und hat einen Punkt, du darfst es immer entscheiden, kommt auf die rechte Seite, hat einen Punktewert von 600 Punkten. So, all diese Punkte gehen also auf deiner linken Seite nach oben als auch auf deiner rechten Seite nach oben und werden bei dir gespeichert. Folgendes passiert. Jedes Mal, wenn du 300 und 600 Punkte zur gleichen Zeit hast, bekommst du von der Firma on top eine Vergütung von 35 US-Dollar ausgezahlt. Jetzt sagt vielleicht der ein oder andere, naja, 35 Dollar Taylor, das ist ja jetzt irgendwie nicht so viel. Das ist ja jetzt also wirklich nicht viel Geld. Dann sage ich, prinzipiell, mit 35 Dollar kommt man nicht weit. Da gebe ich dir recht. Allerdings, tu mir bitte einen Fall. Das Geld, was du netto verdienst, rechnest du und teilst du bitte einmal durch die Stunden, die du arbeitest, inklusive der An- und der Abfahrt. Ganz, ganz schnell wirst du sehen, was du pro Stunde verdienst und dann werden 35 Dollar auf einmal sehr, sehr viel Geld. Und hier ist das Schöne, in einem binären Vergütungsplan bei Jeunesse, wirst du bis in die unlimitierte Tiefe vergütet. Das heißt, alle Produkte, egal wo, durch egal welchen Partner, in egal welchem Markt, alle Punkte gehen zu dir nach oben und jedes Mal, wenn du 600 und 300 Punkte hast, bekommst du 35 US-Dollar ausgezahlt. Der vierte Vergütungsweg ist der Führungs-Matching-Bonus. Und ich habe es eben gerade schon so ein bisschen durchblitzen lassen. Und zwar ist es so, dass wir in der normalen Corporate-Welt, wenn ich das mal so nennen darf, darauf erzogen werden, dass wir natürlich ein Stück weit die Menschen, die unter uns sind, also positionstechnisch, also wenn du jetzt zum Beispiel eine Management-Position hast und du hast einen Assistant-Manager oder du hast einen Supervisor oder Angestellte direkt darunter, also ganz normale Associates, da passiert Folgendes, wenn die unter dir besser werden als du, glaub mir eine Sache, die, die unter dir sind, sind bereit für weniger Geld deinen Job zu machen, um weiterzukommen. Hier ist das Ding, was passiert damit automatisch? Du fällst natürlich in diese Management-Falle rein, wie ich sie immer nenne, sprich du versuchst, die Menschen immer klein zu halten. Im Network-Marketing ist es genau das, genau das Unterschiedliche. Wir Menschen, oder wir im Network-Marketing müssen anderen Menschen zeigen, wie sie erfolgreich werden. Bei Genesse ist es ohne Probleme möglich, ohne Probleme möglich, wenn du die Person, die dich registriert hat, zu überholen. Es gibt Menschen, die du überholen kannst in diesem Geschäft, wenn du besser bist als sie. Und hier ist das Ding, jedes Mal, wenn du jemanden erfolgreich machst in diesem Geschäft, bekommst du noch einmal von der Firma eine prozentuale Beteiligung an dem gesamten, ja, an dem gesamten Business von der Person, mit der du zusammenarbeitest und die du einarbeitest. Das heißt, wenn du zum Beispiel jemanden registrierst, dann ist das deine sogenannte Erstlinie, also deine erste Linie, die du selber ins Geschäft bringst. Du kannst so viele Erstlinien haben, wie du willst. Und wenn die jemanden registriert, ist das eine zweite Linie und wenn die jemanden registriert, eine sogenannte dritte Linie. Und jedes Mal bekommst du 20, 15 und 10 Prozent und sowas zieht sich bis in die siebte Ebene. Du denkst dir jetzt vielleicht ein Stück weit, naja, das klingt schon irgendwie kompliziert. Wir haben ein komplettes Tracking-System, was jede einzelne Bewegung, egal wo auf diesem Kontinenten, genau festhält in deinem Geschäft und wo du tatsächlich die Chance hast, alles genau nachzuvollziehen und jeden Montag wird das Geld ausgezahlt auf deinem Konto. Es ist ein amerikanisches System, was, ja, in den USA ist normal, dass du halt eben wöchentlich bezahlt wirst und nicht monatlich. Wir haben bei den Einkommensweg Nummer 5 und 6, da will ich mich gar nicht allzu sehr darauf fokussieren, warum, weil wir dann wahrscheinlich über Zahlen sprechen, die zum jetzigen Zeitpunkt, ja, sehr, sehr groß für dich wirken werden. Das heißt, wir gehen hoch auf bis 100.000 Dollar im Monat und alles darüber hinaus und von daher, da will ich mich nicht darauf fokussieren heute Abend, sondern ich möchte mich wirklich darauf fokussieren, wie man es schaffen kann, die ersten 500, vielleicht 1000, vielleicht 1500 Euro zu verdienen und tatsächlich dir zu helfen, dieses Geschäft, ja, für dich entweder nebenberuflich zu starten und irgendwann einmal vielleicht ein Hauptberuf daraus wird. Nicht nur, dass wir einen genialen Kombinationsmann haben, nein, Jeunesse gibt dir auch noch einen On-Top-Bonus zu allen Kommissionen, die du sowieso schon verdienst. Und zwar haben wir bei Jeunesse, ja, die GPS-Promotion, so heißt das Ganze. Jeder Partner, der im Jahr 2018 startet, hat die Chance, in seinem allerersten Jahr zuzüglich zu seinen Provisionen, noch einmal 15.000 US-Dollar zu gewinnen. Ich habe bei mir im Team, ja, mehrere Leute, die bereits den kompletten, den kompletten Kompetationsband ausgereizt haben und On-Top noch einmal den kompletten 15.000-Dollar-Bonus einfach so mitgenommen haben, für sich, free On-Top von der Firma, für tolle Arbeit, die du einfach leistest. Ich liebe es, zu reisen. Für die, die mich kennen, ich, ja, verbinde oder verbringe mit meiner Frau mehr oder weniger eigentlich jede Woche irgendwie, ja, zwei, drei Abende in einem Flughafen, weil wir irgendwo hinfliegen, gemeinsam die Welt entdecken und Jeunesse fliegt uns regelmäßig um die gesamte Welt, was ganz, 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 ganz toll ist. Und es ist so, dass wenn du wirklich, ja, außergewöhnlich bist in dem, was du tust, wirklich gut bist und tatsächlich den Menschen folgst, die in diesem Geschäft bereits erfolgreich sind, fliegt dich Jeunesse um die wirklich gesamte Welt. Mein allererster Center for Trek damals war in Cancun, Mexiko, tatsächlich ein, 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 ein kristallblaues Wasser, das habe ich noch nie gesehen, sowas, aber selbst auf dem, also selbst die Malediven, da war schon, da war schon Konkurrenz, denke ich, ja. Die zweite Reise ging nach Kroatien, Dubrovnik, da wo, wie heißt das, King of Thrones oder wie heißt das Ding, wie auch immer, ich gucke kein Fernsehen und gucke keine Serien. Das wurde dort einmal gedreht und dann haben wir auf der, und dann waren wir jetzt gerade im Juni mit über 150 Menschen aus unserem Team in der Dominikanischen Republik und haben in Punta Cana wirklich in einem All-Inclusive Resort mit über 1500 in total von Jeunesse eine geniale Zeit gehabt und Jeunesse fliegt dich wirklich an die schönsten Orte dieser Welt und vergisst aber nie dabei, worauf es wirklich drauf ankommt und zwar alle 150, 160, 170 Menschen, die hier drauf sind auf diesem Webinar, alle, die hier drauf sind, haben die Chance, heute Abend diesen Tag zu nehmen und tatsächlich diesen Tag in ihrem Kalender zu markieren und zu sagen, ab heute mache ich etwas anders. Aber es gibt da draußen mehrere Millionen, wenn nicht sogar Milliarden Menschen, die nie die Chance haben werden, das zu sehen, was ihr heute hier gesehen habt. und Jeunesse hat sich wirklich zur Aufgabe gemacht, weil Wendy, den ihr vorhin gesehen habt, einer der Gründer der Firma, weiß wirklich, wie es ist, nichts zu haben, also wirklich mit Dreck seinen Magen zu füllen, um irgendwas im Magen zu haben und er hat sich zur Aufgabe gemacht, einfach, ja, er kriegt wirklich Tränen in den Augen, wenn er einfach Kinder sieht, die einfach nicht, ja, das Leben bekommen, was sie eigentlich tatsächlich deserven, würde man eigentlich sagen, was sie einfach verdient haben und ich kann dir wirklich sagen, dass Jeunesse mit jedem einzelnen Dollar, den sie machen und mit jeder Convention, die sie machen, immer an lokale Kinderprojekte spenden, meine allererste Convention in Rom damals, da ging es um ein Kinderhospiz, was ich glaube, eines der, ja, fürchterlichsten Orte dieser Welt ist, ein Kinderhospiz und da ging es darum, da ging es um ein Früherkennungssystem, irgendwie sowas, das irgendwie, ich glaube, knapp 40.000 oder 30.000 Euro damals gekostet hat, komplett gespendet worden durch die Einnahmen von dem Event von Jeunesse und eine Sache wird wirklich nie vergessen, Zukunft verändern und Kinder unterstützen. Ich will dir, bevor ich gleich dir, ja, etwas mit auf den Weg gebe, was Daniel eben schon angekündigt hat, was nur noch bis heute Abend, 23.59 Uhr, das heißt, deutscher Zeit sind es tatsächlich nur noch gute drei Stunden und 18 Minuten. Wenn du bis zum Ende jetzt da bleibst, kriegst du tatsächlich gleich die Chance, etwas geschenkt zu bekommen, das kannst du dir nicht vorstellen. Und auch für jeden Vertriebspartner, der bereits dabei ist, der sollte in den nächsten drei Stunden sich ganz, ganz doll überlegen, was er jetzt tut. Und zwar folgendes, sechs Schritte zum Erfolg. Die sechs Schritte zum Erfolg bei Jeunesse sind relativ einfach erklärt und ich springe mal rüber in den Vollbildmodus, dass ihr mich ein bisschen besser sehen könnt, weil diese sechs Schritte wirklich wichtig sind. Und wenn du noch keinen stiften Zettel dabei hast, dann besorgt dir am besten jetzt Stift und Zettel oder in irgendeiner Art und Weise besorgt dir oder schreibt dir eine Bezise in dein Handy, je nachdem. Hier passiert folgendes. Schritt Nummer eins ist deine Registrierung. Das heißt, du musst, wenn du dich entscheidest dazu, mit Genest Global entweder Kunde zu werden oder halt eben Vertriebspartner zu werden, darfst du dir eine Registrierung machen, egal in welchem Land du dich gerade befindest, Deutschland, Österreich, Schweiz. Es kostet, ja, wahnsinnig viel, wie so eine Selbstständigkeit halt eben kostet im Durchschnitt übrigens in Deutschland 67.000 Euro. Bei uns ist es fast genauso teuer und zwar genau 32 Euro. 32 Euro kostet die Registrierung. Jetzt Achtung, halte ich fest. Die 32 Euro, dafür bekommst du eine Webseite, die aktiv ist in über 140 Ländern. Du bekommst alle Marketingmaterialien, Videos, Slides, PDFs, Inhaltsstoffe, alles was du brauchst in 70 verschiedenen Sparten. Du bekommst alle Marketingtools, du bekommst den Login zu deiner App, du bekommst all die Dinge, die du brauchst, um völlig, also komplett arbeiten zu können, nur mit deinem Handy. Das bedeutet, ja, für 32 Euro bekommst du das alles, aber diesen Monat bekommst du das Ganze sogar geschenkt, on top. Das Ganze kostet nur 88 Cent, du zahlst also lediglich die Steuern in Deutschland, je nachdem es variiert, Schweiz und Österreich ist gleich ein bisschen unterschiedlich, weil die Mehrwertsteuer einfach unterschiedlich ist. Schritt Nummer 2, also Nummer 1 registrieren, Schritt Nummer 2, wähle das richtige Produktpaket. Und bei dem Produktpaket sage ich dir, ganz ehrlich, wähle das Produktpaket, wenn du sagst, ich will einfach mal ein bisschen probieren, ich will jetzt mal, ich will jetzt gar nicht groß da irgendwas machen, gar kein Problem, ich will ein bisschen gucken, wie das schmeckt, wie das schmeckt, wie das schmeckt, kein Problem, dann such dir ein Produkt aus, was nicht mit dem Namen Ambassador Paket ein Kennzeichen. Wenn du allerdings sagst, dass ich, ich will heute was verändern, ich will in meinem Leben etwas verändern und ich möchte endlich für meine Ziele, für meine Träume einstehen, ich will reisen, ich will mehr Geld verdienen, ich will vielleicht 500 Euro, vielleicht 1000, vielleicht 1500, vielleicht 2000 Euro oder alles darüber hinaus verdienen. Dann such dir ein Produktpaket aus mit dem Namen Ambassador Paket. Da gibt es verschiedenste Größen und die Person, die dich eingeladen hat, wird dir zeigen, welches das Beste ist. Schritt Nummer 3 ist deine Aktivierung. Und zwar gibt es bei vielen Network Marketing Firmen da draußen leider Gottes immer mal wieder ja, diesen Trick, wo sie ihren Vertriebspartnern versuchen zu sagen, du musst ganz viele Produkte kaufen jeden einzelnen Monat, um höhere Absatzprovisionen zu bekommen. Janessa hat sich gesagt, wenn wir das machen, dann zwingen wir die Menschen dazu zu verkaufen. Aber die Wahrheit liegt da drin, dass die meisten Menschen gar keine Verkäufer sind. Die meisten Menschen wollen nicht da rausgehen und sagen, oh, ich glaube, du hast ein paar Kilo zu viel drauf, vielleicht möchtest du in irgendeiner Art und Weise mal ein paar Kilo abnehmen. Andersrum ist es, wenn du zum Beispiel zu anderen, du gehst ja auch nicht zu, also macht es nicht so wie ich. Ich bin zu meiner Mutter damals hingegangen und habe gesagt, Mama, du bist alt, du hast Falken, du brauchst diese Creme, egal was ist. Mach das nicht an dieser Stelle, das geht nach hinten los, kann ich euch sagen. Aber hier ist das Ding, die Aktivierung ist ganz einfach, sei ein Kunde deiner selbst und nutze die Produkte. Nichts anderes, nutze die Produkte für dich selbst, hab ein einziges im Monat und du bist völlig qualifiziert über den gesamten Komponationsplan. Schritt Nummer drei war es. Schritt Nummer vier, hole dir dein Ausbildungsticket. Und zwar ist es so, dass wir eine eigene Team-App haben. Und diese Team-App möchte ich dir kurz zeigen. Wenn wir hier drauf drücken, hier kommt die Team-App, wenn es doch funktioniert, hier we go. Das ist unsere Team-App. Das heißt, hier stehen unsere Ausbildungsevents und unsere Offline-Events drin. Wenn ich jetzt hier auf Meetings klicke, dann kannst du hier zum Beispiel sehen, all die Meetings in der nächsten Zeit, die überall stattfinden, Sekunde, so kann man hier scrollen, egal wo du hinmöchtest, das ist alles nur in den nächsten, ja, zwei Wochen, wo die Meetings stattfinden, wo du offline hingehen kannst und lernen kannst, was Network Marketing bedeutet, also sicher dir dein nächstes Ticket für deine, ja, für deine nächste Veranstaltung. Ich kann dir sagen, dass die nächste größere Veranstaltung in Rom stattfindet, am 12. bis zum 14. Oktober mit über 10.000 Partnern. Die ersten vier Schritte kannst du in den nächsten 15 bis 20 Minuten ohne Probleme arrangieren. Schritt Nummer 5 ist der, du erinnerst dich, ich habe gesagt, dass es darum geht, anderen Menschen zu helfen, zu starten im Geschäft. Und hier ist der Punkt, finde deine ersten zwei Partner. Eine Person links, eine Person rechts. Das ist deine allererste Aufgabe. Die meisten Menschen schaffen das bereits in den ersten 24 bis 48 Stunden. Relativ einfach macht. Die ersten 24 bis 48 Stunden sind dafür absolut ausreichend. Und hier ist der Punkt, jetzt bei Schritt Nummer 6 geht es da, anderen Menschen zu helfen, erfolgreich zu werden. Gehe also zu den ersten zwei Partnern hin und helfe ihnen, die ersten zwei Partner zu registrieren, sodass du bereits deine erste kleine Position erreicht hast, das erste Geld verdient hast und es beschafft hast, tatsächlich dein kleines Team bereits zu führen und ein Stück weit auszubilden. Und jetzt will ich dir ganz kurz eine Sache mit auf den Weg geben. Und zwar ist das, was Danny eben ein Stück weit angekündigt hat. Als ich damals gestartet bin, gab es das leider nicht. Wenn es das gegeben hätte, wäre ich wahrscheinlich in diesem Geschäft viel, viel schneller dort hingekommen, wo ich jetzt gerade stehe. Denn ganz, ganz selten im Jahr kommt Jeunesse auf verschiedenste Promotions.